1, 2, 3, 4 Kevin Alleine Marketing, der Podcast für Werbung, Marketing, Social Media. An meine lieben Hörerinnen und Hörer, jetzt mal Hand aufs Herz und Real Talk. Wie viel CO2 verballern wir eigentlich, weil wir uns virtuell sehen? Wie viel CO2 verballer ich eigentlich, weil ich virtuell meine Podcasts aufnehme? Jetzt mal ganz im Ernst, ich habe keine Ahnung. Was verbraucht eigentlich eine Website? Das weiß doch keiner, jetzt sind wir doch mal ehrlich. Also ich weiß es wirklich nicht. Ich habe keine Ahnung, wie geht überhaupt Web-Nachhaltigkeit? Deswegen habe ich mir mal einen Experten heute ins virtuelle Studio geladen. Dr. Thorsten Beyer ist heute bei mir zu Gast. Thorsten, grüß dich, schön, dass wir so eine Podcast-Folge heute mal gestalten. Stell dich doch gern einmal vor. Ja, hallo Kevin. Schön, dass ich da sein darf und über dieses Thema, was wahrscheinlich viele nicht so auf dem Radar haben, ein bisschen mit dir plaudern kann. Weil das Gute ist, das nehme ich schon vorrech, Spoiler, jeder kann was tun. Jeder kann auch die Dinge messen. Aber da gehen wir sicher gleich nochmal drauf ein. Also ich bin von der Ausbildung her Chemiker, habe mich dann vor fast 26 Jahren, am 1. April, kein Scherz, selbstständig gemacht. Wer das einordnen will, gleiches Gründungsjahr wie Google, auch 1998 gegründet, also schon ein bisschen her. War dann immer unterwegs oder bin immer noch unterwegs mit einem Online-Magazin als Consultant. Und früher habe ich den Leuten erklärt, wie das Internet funktioniert. Heute kläre ich sie auf, wie man das Internet nachhaltiger gestaltet. Also es ist immer noch so ein Auftrag, so ein Bildungsauftrag, den man dann sieht. Und hauptsächlich ehrenamtlich bisher, aber das soll auch noch ein Geschäftszweig werden. Das vielleicht mal so ganz grob zu mir vorweg. Jetzt, wo du das gesagt hast, du bist Chemiker. Ein Chemiker, der sich anderweitig orientiert, erinnert mich so ein bisschen am Breaking Bad. Ja, genau. Na gut, das lag damals einfach daran, als ich fertig wurde, ich bin ja so geburtenstarker Jahrgang, das kennen ja die Generation Z gar nicht mehr. Die werden ja händeringend überall eingestellt. Aber bei uns war es so, da gab es eine richtige Selektion. Und selbst wenn du ein Chemiestudium mit Auszeichnung abgeschlossen hast, war das keine sichere Eintrittsforte in den Arbeitsmarkt. Und ich habe mich damals auch schon auf Internetstellen beworben. War wahrscheinlich da in meiner Zeit, kommt mir öfter vor, ein Stück voraus. Weil da gab es die Jobs noch gar nicht. Intranet-Manager, Webseiten erstellen für Firmen. Wenn du mal in die 90er Jahre gehst, da fing das ja gerade erst an, dass Firmen eingesehen haben, dass sie eine Website haben sollten. Und wenn sie eine hatten, da stand dann noch nicht allzu viel drauf. Also von daher war der Weg dann für viele Chemiker, die in der Zeit fertig wurden. Die einen arbeiten bei SAP als Consultant. Die anderen haben sich selbstständig gemacht, so wie ich. Also da sind sehr viele. Da wird natürlich sehr viel Geld, wie du es schön gesagt hast, auch verballert in die Ausbildung. Weil es gibt kaum ein Studium, was teurer ist als ein Chemiestudium. Wegen den ganzen Chemikalien, die man früher noch genutzt hat. Heute machen die auch eher virtuelle Praktika und müssen dann virtuell mit radioaktiven Stoffen oder Gefahrstoffen umgehen, was ich dann auch nicht so gut finde. Bei uns war das noch alles hardcore. Richtig mit Uran arbeiten, auch mit gefährlichen Dingen arbeiten. Ja, ja, da staunst du zu Recht, ne? Kommt er gleich mit Uran. Was geht jetzt aber los? Ja, Uran ist ja per se erstmal in der Natur vorkommend. Das Angereicherte ist ja das Problem. Also von daher, Uran kommt in der Natur vor. Und ich bin Saarländer, da hast du auch Radon immer vom Bergbau, was aus den Kellern hochsickert. Also da hast du schon auch immer unbewusst mit solchen Dingen zu tun. Ist ja Wahnsinn. Also war ich mit meinem Heisenberg-Vergleich, also Breaking Bad, gar nicht mal so weit weg. Ja. Ui, 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 ui. Wie mache ich denn jetzt den Übergang? Äh, knallhart. Es gibt einen schönen anderen Übergang, und zwar die Beziehung zwischen Chemie und IT. Da gibt es ein schönes Zitat von Jörg Schieb, der gesagt hat, Bits sind die Atome der digitalen Welt. So wie du aus Bits dann irgendwann eine Software baust, die nachhaltig oder nicht ist, baust du aus Atomen, Moleküle, und dann bist du in der Chemie und baust dort eben nachhaltige Moleküle, die dann die Umwelt nicht belasten. Also von daher gibt es da eine schöne Analogie zwischen diesen zwei Welten, zwischen den Bits und den Atomen. Auch nicht schlecht, ne? Dann an der Stelle mal gesagt, lieber Jörg, wenn du es hörst, liebe, liebe Grüße, dann machen wir doch jetzt mal den Übergang perfekt, weg von der Chemie hin zu der IT. Du hast 98, hast du gesagt, angefangen. Da wurde meine Freundin gerade geboren. Ich war acht. Ja, ich war acht. Wie war denn da das damals? Also da hat sich doch kein Mensch überhaupt nicht um irgendwas, was mit Nachhaltigkeit zu tun hat, geschert, oder? Eigentlich sogar schon. Also die Leute waren damals im Internet natürlich viel nachhaltiger unterwegs als heute, wenn du allein mal siehst, so eine Veranstaltung, wie wir jetzt hier machen, die hätten wir 1998 nicht machen können, weil die Leitungen dafür gar nicht dick genug gewesen wären. Da hätten wir noch mit Modem, kennst du ja auch noch das schöne Geräusch. 56K. Ja, genau. Also da hätten wir das halt hier nicht so veranstalten können. Das heißt, damals war der Datenfluss im Internet natürlich noch viel geringer. Auch die Leute, die im Internet überhaupt aktiv waren damals, das waren, gut, Mitte 90er Jahre waren es nicht nur die Nerds. Also ich habe meinen ersten Internetzugang so 80er Jahre schon gehabt, wo du dann über, das hieß damals BTX, da konntest du auf so einen zentralen Rechner der Telekom gehen und wenn der abgestürzt ist, war das ganze Netz weg und das war so mein Zugang zum Internet. Aber eigentlich war es damals schon nachhaltiger, weil das ist schon ein guter Punkt, den wir bringen können. Damals haben wir uns Gedanken gemacht über Datenübertragung, weil es hat richtig Geld gekostet. Also in den 90er Jahren hat ja auch ein Telefonat noch Geld gekostet und du hast dann im Prinzip immer Druck gekriegt von den Eltern, auch ich in den 80er Jahren, überleg mir nicht immer das Telefon, da könnte ja jemand Wichtiges anrufen, da hast du eine Leitung gehabt. Da kannst du den jungen Leuten der Generation Z ja gar nicht erklären. Also sie denken, das ist irgendwie, der kommt aus der Steinzeit, aber ist jetzt mal, gerade mal 26 Jahre her. Ja, das glaubt man gar nicht. Oh, das hatte ich damals auch. Meine Mutter immer, Kevin, geh raus aus dem Internet, ich will telefonieren. Das gibt's doch nicht, was bist du schon wieder so lange da drin? Ja. Oder wenn die Rechnung kam, hast einen Anschiss gekriegt, ja Kevin, wir haben schon wieder 100 oder Mark oder Euro Internetkost. Was hast du denn wieder gemacht? Hast du wieder so viel gechattet oder irgendwas gemacht? Ja, ich hab das auf die Spitze getrieben. Als damals ISDN kam, die Telekom hat ISDN gemacht und wir hatten damals noch AOL, kann sich heute auch schon kaum keiner mehr dran erinnern. Wir hatten wirklich 56K, das alte Modem mit NET, NET, NET. Das war ein geiler Sound. Hätte ich eigentlich mal gerne als Handy klingeltan. Gibt's? Gibt's, ja, kann man sich ja runterladen. Und dann hab ich das immer auf die Spitze getrieben und hatte irgendwie vier, fünf Monate immer so 120, 130, 140 Mark. War ja noch Mark. Und kann sich heute auch schon kaum einer mehr dran erinnern, an die D-Mark. Und dann kam ja ISDN und dann sind wir zur Telekom geswitcht mit ISDN und hatten das so ein Knüppel, das kann man jetzt halt nicht sehen, was ich gerade jetzt hier in der Kamera zeige, aber ein riesengroßes Modem, ein Router mit einer Eumax-Anlage, die hieß damals so, was das irgendwie umgeswitcht hat und hat so zwei Leitungen etc. und hat kein Mensch verstanden, wie man dieses Ding auch nur im Ansatz konfiguriert. Ach, herrlich waren die Zeiten irgendwie. Wir wollen die ja nicht zurück oder wir wollen den Leuten nicht sagen, wir dürfen nur noch so viel wie damals machen, aber nach ISDN, das war so der erste Sprung, da hast du mal eine Verdopplung der, sagen wir mal, der Geschwindigkeit im Internet gehabt oder konntest du ja dann auch Kanalbündelungen bei ISDN machen. Das waren ja die ganz cleveren, da gab es ja dann zwei Telefonleiter und da konntest du nochmal einen Boost machen, aber das hat immer noch nichts mit unseren heutigen, DSL- oder Glasfasergeschwindigkeiten zu tun und als dann das erste DSL aufkam, war es ja so, die Telekom hat das DSL gelauncht, waren dann überrascht, dass die Leute plötzlich 24 Stunden online waren und da ganz wilde Sachen wie Filme gucken gemacht haben und dann haben die es erst mal wieder eingestellt, weil die gesagt haben, oh Scheiße, wir haben uns zwar kalkuliert, wir können das ja gar nicht, sagen wir mal, kostendeckend betreiben und da hat es ja Zeit lang gedauert, bis dann wirklich irgendwann die DSL-Flatrate kam, die natürlich einerseits ein Segen für uns ist, wir müssen uns um diese ganzen Sachen, über die wir gerade gesprochen haben, gar keine Gedanken mehr machen, aber es ist aber auch zugleich ein Fluch zugleich, weil wir uns heute gar keine Gedanken mehr machen, das heißt, uns ist ja egal, was an Daten fließt oder wie wir zum Beispiel ein Video anschauen, du hast ja die Möglichkeit, du kannst das in SD, HD, UHD-Qualität angucken und da potenziert sich immer das Datenvolumen, was fließt und da kommen wir dann wieder zu Chemie und den CO2-Emissionen, weil ja viel des Stroms in unserem Netz halt eben nicht grün ist oder so ein bisschen mehr wie die Hälfte im Moment in Deutschland, hast du dann damit auch die negativen Effekte, die wir aber komplett ausblenden, warum? Wir zahlen einen Festpreis für die Flatrate und wenn ich den Leuten sage, ihr könnt ja mal ein bisschen weniger machen, sagen die, nö, da habe ich nur voll eine Speichergeld und das ist auch ein gewisses Problem. Ja, wir sind ja auch mittlerweile, also ich sage ja schon bald mal, Omni-vernetzt, wir sind ja den ganzen Tag im Internet, ich hocke irgendwie neun Stunden vor meiner Dattelkiste und arbeite, so dann abends guckst du halt Fernsehen und wenn du jetzt nicht gerade über Satellit oder Kabel guckst, machst du IP-TV, also übers Internet, Beispiel jetzt Magenta von der Telekom oder aber du guckst Netflix, Disney+, Amazon Prime, The Zone und wie sie alle heißen, bei mir, bei Netflix, bei meinem Account, wenn du da auf dem Film machst, oder skaliert sich erstmal hoch auf die bestmögliche Bildskalierung, so auf 4K, UHD, scheiß die Wand an, was weiß ich, was da auf meinem Fernseher geflimmert wird. Ich mache mir da ja überhaupt keine Gedanken, wir sind den ganzen Tag vernetzt und ich treibe es mal auf die Spitze, es gab letztens einen Artikel, ich weiß nicht, ob du ihn kennst, eine, ich glaube, LG-Waschmaschine, eine smarte LG-Waschmaschine, hat am Tag, glaube ich, 3,54 Gigabyte an Daten vom heimischen, äh, Waschküchengedöns auf die LG-Server geladen. Aha, müssen wir euch noch fragen, was die denn so dahin lädt, hat die dann euch belauscht und hat dann die Eise gleich noch weggeschickt, das kennen wir ja von der Alexa ja auch, wo dann mal, äh, Service-Mitarbeiter sich zuschalten konnten im Privatgespräch, aber das ist halt, wie gesagt, das ist genau der, der Teil des Problems, dass wir uns da keine Gedanken drum machen, weil das ja alles über unsere monatliche Flatrate abgedeckt ist, aber da habe ich einen guten Tipp für dich, geh doch mal, ich weiß nicht, ob du immer noch eine Eumax hast oder wahrscheinlich, ich nenne jetzt mal einen Produktnamen, hast du auch eine Fritzbox oder so irgendwas? Selbstverständlich. Geh da mal rein und da kannst du sehen, was am Monatsende über deine Fritzbox an Daten geflossen ist. Komm, weißt du, da gibt es halt eine Einstellung. Oder das könntest du gerne mal live machen, wenn das für dich jetzt kein Problem ist. Nö, warte, das machen wir live, wie ist denn meine, wie ist denn mein Passwort? Warte mal. Also ihr seht, das ist nicht abgesprochen, dass wir das machen, aber es ist immer schön, dann live so was mal anzugucken. Da gibt es ja irgendwo in den Einstellungen, kannst du das angucken? Ja, warte mal, hier haben wir System. Also ich mache das, liebe Hörerinnen und Hörer, wirklich gerade live, es ist nicht abgesprochen. Passwort, lustigerweise hatte ich es im Schädel. Eins, zwei, drei, vier, wie Pistorius, oder hast du ein besseres? Nein, ich habe es schon ein bisschen sicherer. Ja, gut, da bin ich jetzt schon beruhigt. So Passwörter kann ich mir aber extrem gut merken, warum auch immer. Handynummern und Namen sind Schall und Rauch, aber Passwörter funktionieren. Ach, guck mal hier, bei System, Energiemotor, Energieverbrauch. Was haben wir denn hier? Aktiv seit 13 Tagen. Ja, das stimmt, weil wir hatten nachts mal einen Stromausfall. Fritzbox Hauptprozessor 68%. Ja gut, es müsste irgendwo auch noch eine Einstellung mit den Gigabyte-Daten geben, die so fließen pro Zeiteinheit. Guck mal, da müsste es noch so ein Untermenü geben, sonst muss ich mich hier auch noch bei uns mal einloggen. Das machen wir wirklich jetzt mal echt live. Ich habe keine Ahnung, wo das ist. Hier ist der Energiemotor, ich habe hier Diagnose, Internet, vielleicht Internet, Online-Monitor, hier Online-Zähler. Ja. Heute, gestern. Ja genau, der hat dann gestern Woche, Monat und da kannst du mal gucken, was da so drin steht. Aktueller Monat, also wir nehmen an einem 11. März, jetzt gerade, just 12.28 Uhr, hier nehmen wir diese Podcast-Folge auf. Aktueller Monat, was ist das, in Megabyte? Ähm, jetzt musst du die Zahl lesen können. 372.378 Megabyte. Gesamt. Megabyte, dann sind wir schon bei Terabyte, also 372 Terabyte. Das ist natürlich schon ein bisschen was, aber du hast gesagt, wenn du halt natürlich IP-Fernsehen machst und das dann in gewisser Qualität, läuft das natürlich auch alles da drüber. Wenn du zum Beispiel eine Satellitenschüssel hast, so wie ich, da läuft das halt nicht drüber und das ist dann auch eine nachhaltige Art, dann, sagen wir mal, Fernsehen noch zu konsumieren, wobei du natürlich dann nicht die Möglichkeiten hast oder Mediathek geht zum Beispiel natürlich ja nicht über eine Satellitenschüssel. Aber da hast du schon mal eine Zahl und diese Zahl, da kann ich ja auch noch ein Rechenexempel geben, also man schätzt bei Datenübertragung, dass ein Gigabyte Daten so 360 Gramm CO2-Emissionen generiert. Ja, aber warte mal, die nächste ist ja dann Gigabyte und die nächste wäre dann Terabyte. Ja, genau. Also bin ich jetzt bei 372.378 Megabyte, bin ich bei 372,378 Gigabyte. Ja. Bei 1000, ja stimmt, bei Gigabyte, stimmt. Da muss ich ja nicht so ein ganz schlimmes Gewissen machen. Aber es gibt sicher auch Leute, die hätten schon 372 Terabyte, wenn die halt, je nachdem, was die machen oder wenn die Bitcoin-Mining betreiben würden, was ja in Deutschland natürlich nicht so sinnvoll ist, was dann so an Sachen fließt oder so einen eigenen Server betreiben, wo weiß Gott was fließt. Aber wie gesagt, du kannst ja die Zahl merken, so ein Gigabyte sind 360 Gramm CO2-Emissionen. 360 Gramm, dann bin ich bei 360 Gramm mal 372, dann habe ich in 11 Tagen verbraucht, 133.920 Gramm. Genau, dann kannst du das in Kilogramm rechnen. Durch 1000 bin ich immer bei 133 Kilo. Ja, das ist natürlich schon ein Wort, 133 Kilo. Wobei ich dich noch einmal korrigieren muss, der Chemiker korrigiert immer, CO2 wird nicht verbraucht, sonst wäre es ja weg. Das wäre ja gut, es wird imitiert. Viele Leute sagen, sprechen immer vom CO2-Verbrauch und da grätscht natürlich so der Naturwissenschaftler immer rein und sagt, nee, nee, das wird ja nicht verbraucht, das wird freigesetzt und führt dann dazu, dass das Sonnenlicht eben länger hier interagiert in der Atmosphäre und es wärmer wird. Das ist halt das Problem des CO2. Deswegen hast du immer den Vorteil, ich als Chemiker kann das dann immer auch nochmal erklären, wo das herkommt, weil das sind ja alles chemische Verbindungen. CO2 ist ja ein Klimagas und es gibt ja noch viele andere. Wir kennen Methan aus der Landwirtschaft oder du hast auch so so ganz komische Sachen wie SF6, das ist eigentlich das schlimmste Klimagas, was in Windrädern benutzt wird, dass die irgendwo da keine Kurzschlüsse kriegen. Die haben in einem Windkraftding so ein Gas? Ja, das ist eine Ausnahmegenehmigung, weil du das Ding dann kompakter bauen kannst. Man müsste das nicht dort verwenden, aber das hat, du kannst immer so ein Treibhausgas zuordnen, das hat glaube ich das über 20.000-fache Treibhausgaspotenzial eines CO2-Moleküls, eines dieser SF6-Moleküle. Ist im Prinzip jetzt kein Problem, Problem wird nur dann draus, wenn es zum Beispiel einen Störfall gibt oder so ein Ding mal abbrennt oder wenn wir irgendwann keine Windräder mehr brauchen und dann Tausende, Zehntausende vor sich hin rotten und dann den Kram irgendwann freisetzen, dann haben wir uns nämlich ein Eigentor geschossen mit der Windenergie. Also das sollte man natürlich nicht so krass sehen, aber das ist halt da drin. Also das wusste ich jetzt auch nicht, aber ist das nicht ein bisschen paradox? Ich nehme ein klimaschädliches Gas, FS6 hast du gesagt? SF6, also Schwefel und 6 Flur, das ist halt ein extrem stabiles Gas, was in der Natur gar nicht vorkommt. CO2 kommt ja auch in der Natur vor und das wird halt da reingepackt. Aber du hast das oft, du hast ja auch beim Kühl, bei einer Klimaanlage hast du auch Stickstoffgase, die nicht ganz so schlimm sind, aber die haben auch ein viel größeres Treibhausgaspotenzial als CO2 oder jedes Rechenzentrum, das irgendwo eine Kühlung hat, hat auch so ein Gas mit dabei. Das heißt, wir müssen dann immer, um gute Effekte zu erreichen, dann klimaschädliche Sachen benutzen. Das ist aber auch lustig, Also das ist wirklich paradox. Ich benutze eine Windkraftanlage, um grünen Strom zu erzeugen, habe aber innerhalb dieser Anlage ein extrem schädliches Gas. Gut, wie gesagt, was ja kein Problem ist, wenn wir uns dessen alle bewusst sind, dass wir die Dinger irgendwann, wenn sie dann mal ihre Lebenszeitende erreicht haben, das ist ja glaube ich so 30 Jahre, dass wir dann das Gas Wasserordnungsgemäß entnehmen, wie wir bei jeder Klimaanlage natürlich auch, bevor die weggeschmissen wird oder bei Kühlschränken ist ja auch so, die hatten ja früher auch die Gase drin, die haben jetzt andere, da haben wir doch das böse Ozonloch, wenn du dich erinnerst, das war in den Kühlschränken immer drin. Deswegen müssen die ja anders entsorgt werden und da muss halt wirklich drauf geguckt werden. Da muss man halt immer nur drauf hinweisen. FCKW, Flur, Chlor, Kohlen, Wasserstoff, glaube ich. Ja, ey, du hast ja doch mal in Chemie aufgepasst. Ich bin begeistert. Nicht Chemie, das Hassfach, wie bei den meisten Leuten. Weißt du, den Satz des Pythagoras habe ich heute mal wieder nicht verwendet, aber was FCKW ist, das weiß ich noch. Ja, sehr gut, sehr gut. Wie kam man denn, oder wie kam man denn darauf, um zu sagen, dass ein Gigabyte Daten 360 Gramm CO2 freisetzt? Ja gut, das waren schlaue Wissenschaftler, die haben alle möglichen Studien ausgewertet, weil du hast ja erstmal generell ein Problem. Kein Mensch weiß, du hast am Anfang gesagt, wie groß ist das Internet überhaupt? Wie viele Geräte hängen am Internet? Das Einzige, was man vielleicht weiß, wie viele große Rechenzentren es gibt und wie viele Server sind dort drin, aber da musst du auch auf die Transparenz der großen Anbieter hoffen und dann haben die halt alles Zahlenmaterial, was es gab, zusammengenommen, haben dann geguckt, was kostet jetzt die Stromproduktion, wie viele CO2-Emissionen gibt es halt, wenn ich über Kohle, Gas oder Wasser oder sonst was Strom produziere und haben diese ganzen Daten da zusammengewürfelt und da kam dann am Ende diese Zahl raus. Die kann natürlich auch falsch sein, es könnten auch 260 oder 160 sein oder 500 und es ist auch so, je nachdem, wo du zum Beispiel den Standort eines Rechenzentrums hast, ist das halt ganz anders. Also wir sind in Deutschland jetzt keine Oase des Grünstroms, das liegt halt daran, dass wir halt so viel Strom brauchen als Industrieland, aber wenn du zum Beispiel ein Rechenzentrum in Norwegen hast, das kannst du mit 100% Wasserkraft, Energie, also wenn das irgendwie an einem Staudamm dann ist, wo wir bei einem Wasserrad, das kannst du halt mit 100% Ökostrom betreiben, das kannst du in Deutschland ja gar nicht. Da müsste halt wirklich das Rechenzentrum selbst seinen Strom zu 100% produziert. Gibt es sogar auch, kann man auch Werbung machen, in Friesland gibt es so ein Ding, die haben ein Windrad dabei und nutzen sogar die Wärme noch des Rechenzentrums und züchten Algen auf dem Dach und das wird dann für Pharma-Produkte produziert, weil die Wärme kannst du ja nutzen, um dann irgendwo ein Gewächshaus zu betreiben, wo du sonst anderweitig heizt, weil das ist ein großes Problem von Rechenzentren ist, dass halt beim Betrieb von Rechnern kennen wir ja selber, gut, wir haben jetzt keine Röhrenmonitore mehr, früher hast du einen Röhrenmonitor gehabt, da wurde es ja warm in deinem Raum oder ich habe früher oft Seminare gegeben, da warst du irgendwo, da standen 20 Röhrenmonitore, da hast du nach 10 Minuten Luft drin gehabt und hast gesagt, du sitzt selber im Gewächshaus, haben wir ja heute nicht mehr, aber bei Rechenzentren oder bei Servern, die unter Hochlast dann laufen, die sollen dann halt Wärme ab, merkt man auch, wenn man an den Lüfter seines Rechners mal die Hand hält. Ja und da kannst du dann halt wirklich auch für, ist das nicht auch für, wie heißt das denn, Fernwärme, kannst du auch benutzen? Theoretisch schon, aber dafür ist die Temperatur nicht hoch genug, da sind die glaube ich in Frankfurt auch im Moment dran am Experimentieren und Gucken, aber es liegt auch daran, du musst halt auch die Rechenzentren dann direkt in der Nähe von den Häusern haben und da gibt es aber auch Pilotprojekte, ich habe mal von jemandem einen Podcast gehört, der sitzt irgendwo im Schwäbischen, das ist irgendwie so ein Kaff, egal und die haben halt selbst dann ein Rechenzentrum dort gebaut und die versorgen dann wirklich bis zu 100 Häuser mit der Abwärme von diesem Rechenzentrum, das ist natürlich klassisches Win-Win, aber dann musst du weggehen von diesen Monster-Riesen-Rechenzentren, die irgendwo Google, Meta, sonst wer hier im Rhein-Main-Gebiet hinkleistern, die Gemeinden machen das gerne, weil sie dann Gewerbesteuer kassieren, aber die verbrauchen natürlich eine Menge Kühlwasser zum Beispiel oder du hast halt irgendwas zugepflanzt und das Problem ist auch, in so einem Rechenzentrum arbeitet ja kaum jemand, da laufen die Leute durch, die gucken, ob irgendwas kaputt geht oder ob alles funktioniert, das ist ja nicht so wie in einer normalen Industriefabrik, wo tausend Leute arbeiten, hast du da so ein Riesending, da arbeiten vielleicht zehn oder zwanzig Leute. Jaja, also ich war einmal in Frankfurt im Rechenzentrum, das war schon heftig, ne? Erstens mal, weil da einer mit so einer richtigen Ballermaschine da durch die Gegend laufen darf, wo dir schon schlecht wurde, so gut ausgestattet ist, glaube ich, nicht mal die Polizei mit dem Kaventsmann, was der hier geschoben hat und dann wirklich die Lautstärke, aber dann auch wirklich, wie du auch sagst, die Wärme und alles, wir haben uns da mal alles zeigen lassen, wie funktioniert das auch, wenn da mal ein Feuer ausbricht, die Anlage und bla. Ja, klein war es nicht. Also. Ja gut, man muss aber auch sagen, je größer ein Rechenzentrum ist, desto effizienter kannst du es pro Server dann betreiben, weil du dann natürlich alle möglichen Optimierungen haben kannst, aber generell der Standort Rhein-Main-Gebiet macht man sich jetzt wahrscheinlich unbeliebt, ist halt in Deutschland nicht der Beste. Also in Deutschland musst du eher irgendwo nach Bayern gehen, wo es vielleicht Wasserkraft gibt oder in Sachsen zum Beispiel im Erzgebirge gibt es zum Beispiel von Hetzner, meinem Hoster, die haben da ein Rechenzentrum, da ist es schon mal zwei Grad kälter im Schnitt wie im Rhein-Main-Gebiet und da sparst du allein deswegen schon an Kühlleistung einiges ein oder wenn du halt nach Norddeutschland gehst oder es gibt ja sogar so von Microsoft gab es da so ein Pilotprojekt, die haben mal wie so ein U-Boot haben die einen Server im Wasser versenkt oder also ein ganzes kleines Rechenzentrum und haben dann geguckt, ob man sowas betreiben könnte, weil dann hast du natürlich so direkt nicht das Problem der Kühlung, wenn du sowas irgendwo im Ozean so ablässt und dann musst du halt nur gucken, dass das mit den Leitungen klappt und dass das Ding halt 100% dicht ist und die haben das irgendwann wieder rausgezogen und werten das jetzt aus und das ist halt auch ein Punkt, wie man mit dieser Abwärme umgehen kann. Gut, da wird es halt einfach verpulvert und in Norwegen, in den Fjorden kannst du das auch nicht mit so großen Sachen machen, dann steigt die Temperatur und dann hast du wieder einen Einfluss aufs Ökosystem. Glaubt man auch nicht. Schlecht. Ach Gott, was beschreiten wir hier denn gerade für Abgründe? Aber springen wir mal kurz zurück. Du hast gesagt, wir können alle messen, was wir verbrauchen. Ja genau, da können wir mal eine Aufforderung geben. Du hast ja jetzt schon das eine gemacht, was du selber machst, aber du kannst natürlich auch für Webseiten, da gibt es so eine schöne Seite, die nennt sich WebsiteCarbon.com. Kannst du gerne auch mal live machen, wenn du magst, mit einer Seite oder mit deiner Podcast-Seite. Da kann halt jeder von jeder Website, wo er will, die URL eingeben, dann rechnet das Ding so ein bisschen rum oder es zeigt manchmal auch den Wert relativ schnell an, wenn jemand anderes das schon gemacht hat und dann kriegst du praktisch nachher so eine Einstufung, wie du von deinem Fernseher oder von deinem Kühlschrank her gehst mit Energieeffizienzklassen. Das kennen wir, die haben ja alle A bis F, A heißt ziemlich umweltfreundlich und F heißt ja nicht so umweltfreundlich und die haben ja diese Skala für die Elektrogeräte vor kurzem geändert und jetzt haben ja fast alle Monitore haben nur noch F oder G, wenn du so einen schönen, richtig geilen Monitor kaufst. Früher hatte alles A plus, 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 plus und noch ein 3 plus und das hat man dann irgendwann mal geändert, weil jetzt hat eigentlich nichts mehr A, weil die gesagt haben, wir wollen auch der Industrie einen Anreiz geben, erst mal so ein Gerät zu entwickeln, was sich das A verdient, aber bei Monitoren, weiß ich nicht, wird, glaube ich, schon eine Zeit dauern. Da ist halt das Problem, du hast halt so viele Punkte, die du halt mit Strom dann nochmal mit Inhalt versehen musst und wenn du halt da was guckst, wird das halt relativ schwierig oder das ist immer ein Punkt, ist halt, wie groß ist dein Monitor, dein Fernseher, dann brauchst du halt automatisch immer mehr Strom. Ein Tipp ist halt immer, muss es jetzt irgendwie noch ein größerer Fernseher sein oder war der jetzt groß genug oder das sind halt auch so Themen, die man sich stellen kann. Buchstabier das gerade mal, Website. Website Carbon, also mit C, Carbon. Ach, Carbon, komm. Ja. Website Carbon Calculator V3, the original Website Carbon Calculator Estimate, your webpage Carbon Footprint, your webpage address, komm, das machen wir mal live mit meiner Seite. Tippst du es mal ein, dann sage ich noch was dazu. Das ist eine Agentur aus England, die selber Webseiten erstellen und die haben irgendwann mal dieses Ding aufgesetzt, um dann auch einen Hebel den Leuten aufzuzeigen, wie nachhaltig jetzt ihre Website ist und das ist halt eine relativ gute Datenbank, weil da schon relativ viele Seiten mit getestet wurden und da kannst du schon eine gute Einstufung machen, wo du dann rauskommst. Guck mal mal, hier steht schon, we are sorry, this seems to be taking longer than usual. Ah, jetzt kommt was. Ach, guck mal, wo sind wir denn? Ach ja. Oder? Bist bei F. Jaja, ich bin bei, aber ganz weit hinten bei F. Ja, wenn du ganz weit hinten bei F bist, also, dass du bei F bist, ist eigentlich gar nicht so schlimm, weil diese Skala ist so aufgebaut, also die Hälfte aller Webseiten kriegen F. Das heißt, die haben das praktisch an diesem Mittelwert festgemacht, das sind so 2,5 Megabyte pro Seite, so ungefähr und alles, was drüber liegt, kriegt F und alles, was dann weniger hat, das kriegt dann eben dann E bis A oder sogar A plus. Die haben ja die Skala halt nicht so wie wir, weiß ja, Engländer haben immer andere Skalen, die wollen nicht unsere Maßeinheiten, deswegen fangen die von A plus bis F an. Es wäre schöner, wenn die von A bis G gehen würden, wie die Elektrogeräte, aber da ziehen wir jetzt mal drüber weg. Gut, wenn das dann so rauskommt, dann hast du halt nicht so eine nachhaltige Website, aber dann hast du natürlich auch ein Potenzial und da setzt dann praktisch meine Arbeit ein, weil ich biete das ja als Dienstleistung an, wenn Leute zu mir kommen, oder die haben vielleicht bei diesem Calculator aufgerufen, dann sagen die mir hier, Thorsten, was kann ich denn hier machen? Wollte ich gerade sagen, was kann ich denn da jetzt machen? Gut, anhand von dem Ding kann ich das jetzt so nicht sehen, da muss ich dann nochmal ein paar andere Test-Tools drüber laufen lassen, wo ich mir dann genau angucke, wo dran das jetzt liegt. Also in der Regel liegt es da dran, dass du wahrscheinlich viele Bilder auf der Seite hast oder du hast sogar automatisch startende Videos. Das ist so der größte Datenburner, wenn du halt ein automatisch startendes Video hast. Eigentlich fast gar nichts von beiden. Ja gut, dann hast du vielleicht Bilder relativ groß, die nicht optimiert sind. Das kann sein, du kannst deine Seite mit vielen Schriften, zu ballern, das geht auch, die du manchmal gar nicht benutzt oder es gibt auch Webseiten, die ganz viele JavaScript-Bibliotheken laden, wovon sie halt nur einen ganz geringen Teil überhaupt nutzen. Also das ist dann die Arbeit oder die Herausforderung, dann zu sagen, Kevin, ich gucke mir das an und dann kann ich ihr sagen, wenn du schnell da irgendwas besser haben willst, dann mach das, das, das. Okay, krass. Und das kann man sich dann angucken und dann kannst du halt da bessere Werte kriegen, weil viele sagen jetzt natürlich, ja, da weiß ja keiner oder guckt keiner nach, aber es gibt ja sogar neue Vorschriften zur CO2-Bilanzierung, die betreffen uns beide natürlich nicht als Kleinbetriebe, aber jede größere Firma muss ja eine CO2-Bilanz oder Nachhaltigkeitsbericht schreiben. Ja, ja. Wenn du mal die Telekom fragst oder in Darmstadt die ganzen großen Unternehmen, die müssen das dann machen und die haben natürlich ein bisschen mehr Datentransfer wie wir beide noch und wenn bei denen da F steht und deswegen dann Terra oder Exabyte an Daten fließen und die könnten aber auch ein paar Terabyte einsparen, dann haben die irgendwann Interesse dran, ihre Webseiten auch nachhaltiger zu gestalten, weil das kostet dir dann wieder Geld. Da komme ich wieder zum Anfang zurück. Du musst den Leuten, die brauchen immer einen Druck, dass die irgendwo vielleicht Geld sparen können. Dann würden die das investieren und du hast meistens auch noch einen Vorteil, dass die Ladegeschwindigkeit auch besser wird. Zwar nicht so viel, das ist auch kein großer Ranking-Faktor, aber das bringt es dir auch, wenn du halt deine Seite nachhaltiger gestaltest und wie gesagt, ich habe ein paar Sachen genannt. Der zweite Punkt ist, neben diesen Faktoren, es gibt auch alte Formate, die oft genutzt werden, sowohl für Schriften als auch für Bilder. Die meisten Bilder im Internet sind JPEG, hast du wahrscheinlich auch, aber es gibt halt das WebP-Format, gibt es schon zehn Jahre, hat eine Unterstützung von 98% und da kannst du jedes Bild um 30, 40% reduzieren, manche sogar um 80 bis 90% im Datenvolumen, ohne dass jetzt der Nutzer einen Unterschied sieht. Das ist ja das Entscheidende. Du machst was, verbesserst was, aber der auf der Gegenseite kriegt es dann schneller in seinem Browser zu sehen, du hast einen Ladezeitengewinn und es ist sogar ein Punkt, es gibt ja auch Leute in anderen Ländern, die keine Internet-Flatrate hat, du klaust denen, das sage ich immer so böse, ihre Bandbreite, wenn die pro Monat einen Vertrag von Gigabyte haben und der Kevin hätte jetzt irgendwo ein großlaufendes Video mit 50 Megabyte Startseite, sieht man auch öfter, dann hast du dem schon 50% von seinem Datenvolumen geklaut, dass er nicht anderweitig jetzt einsetzen kann. Also das hat zwei Effekte, einmal für dich, aber auch für den, der eine Website konsumiert und natürlich die Natur hat auch nochmal einen Effekt dran, weil da wird halt weniger Strom verbraucht und weniger Stromverbrauch heißt weniger CO2-Inspion. Also mit so kleinen, aber feinen Mittelchen kann man schon a, den CO2-Ausstoß reduzieren und b, sogar noch am Ende dann die Ladezeit deutlich erhöhen. Also reduzieren, meinst du, ja? Die Ladezeit. Ja, ja, meine ich ja. Beschleunigen, ja genau. Beschleunigen. Das hat meistens nicht so einen großen Faktor, weil wenn du halt eine DSL-Leitung sowieso schon hast, aber wenn du zum Beispiel mobil unterwegs bist, also ich habe zum Beispiel, meine Seite hat A+, ich protze jetzt mal ein bisschen bei diesen Energieeffizienzklassen und die Seite ist sauschnell, auch in der größten Pump beim Odenwald, wenn ich unterwegs bin, wo die Internetverbindung ja auch nicht immer so ist, wie uns das, so die, das Digitalministerium in Berlin dann weismachen will, dass wir überall eine super Internetabdeckung haben, aber die Seite ist immer sauschnell. Da hast du dann einen Vorteil. Also du hast komplett einmal optimiert und bist auf A+, laut Website Carbon. Ich bin bei F, bin echt am Arsch, ne? Ja, aber wie gesagt, ich gucke mir das gerne im Nachgang mal an und dann sage ich dir einfach mal so als Service, was du da tun könntest und manchmal sind es sogar Maßnahmen, die kannst du auch in ein paar Minuten umsetzen für diese eine Seite. Das kann sein. Jetzt haben wir ja quasi in Anführungszeichen nur von der Website gesprochen. Was kann ich denn oder wo kann ich denn noch das Ganze einsparen mit so einfachen Mitteln? Wie sieht es denn beispielsweise aus bei, keine Ahnung, Social Media? Ja gut, Social Media bist du halt in gewisser Weise abhängig von den Social Media Plattformen. Meta hat zum Beispiel irgendwann mal die Formate optimiert, weil die haben natürlich einen viel größeren Hebel als wir mit unseren kleinen Webseiten. Die haben ja, ich weiß gar nicht, wie viel Byte am Monat an Social Media fließen, aber da bist du halt abhängig, wenn du irgendwo ein Video dort hochlädst oder ein Bild hochlädst. Du kannst dir höchst bei Social Media überlegen, muss ich da jetzt unbedingt ein Bild machen und darauf rumhampeln oder ein Video machen und darauf irgendwie rumhampeln, damit es mehr Aufmerksamkeit kriegt oder reicht vielleicht auch ein einfaches Bild? Das hat natürlich auch viel weniger Datenvolumen, aber du bist halt abhängig davon, welche Formate die Social Media Plattformen benutzen. Da kannst du gar nicht so viel Einfluss nehmen, es sei denn über die Art, wie du Posts gestaltet oder auch die Frequenz natürlich, wie oft du postest, aber das geht dann natürlich gegen Geschäftsinteresse natürlich manchmal. Wir wollen ja nicht sagen, oh, das ist alles unnachhaltlich, dann posten wir nichts mehr, also das soll es ja auch nicht sein. Aber man kann natürlich da auch gucken, was man tun kann. Aber das ist schon, also das ist schon heftig. Jetzt sind wir ja, wenn ich nochmal zurückgehe auf die Webseiten, ich glaube, ich meine mal gelesen zu haben, korrigiere mich, wenn die falsch sind, aber ich meine 95 Prozent mittlerweile oder 90 Prozent der weltweiten Websites basieren ja auf WordPress. Das ist ja mittlerweile... So viel ist glaube ich nicht, aber es ist relativ viel. Gehen wir mal zu 80-20-Regeln, dann glaube ich würde sogar fast passen. Also 80 Prozent sind bei WordPress, der Rest ist keine Ahnung, Contao, Selbstgestrick, Typo 3, hast du nicht gesehen, was weiß ich. Oder Baukastensystem von 1&1, Stratum, wie sie alle heißen. Die sind ganz schlimm, das sind die unnachhaltigsten Dinge. Also wer sowas hat, der sollte sich, wenn er Nachhaltigkeit sich auf die Fahnen schreibt, was anderes nehmen. Die haben natürlich den Vorteil, die kosten nichts, die hast du dabei, aber da kommen halt wirklich Digital-SUVs, nenne ich das immer raus. Wenn du da machst, da ziehst du Bilder hoch und dann hast du manchmal 99 Prozent Datenvolumen, könntest du einsparen, wenn du das Bild vorher optimiert hättest. Also da immer eine Warnung vor diesen Homepage-Baukästen. Wenn man weiß, was man tut, kann man da auch was Nachhaltiges hinkriegen, aber die meisten Leute wissen ja nicht, die ziehen da irgendwelche Bilder in Menüs und dann sagen die, ach, das Ding macht das ja schon für mich. Da kommt gar nichts so Gutes raus. Und bei WordPress ist es aber auch nicht so rosig, weil natürlich die Entwickler von WordPress auch die Nachhaltigkeit sich nicht so auf die Fahnen geschrieben haben. Du hast ja meistens Templates in WordPress. Wahrscheinlich, da sind tausend Funktionen drin und 990 nutzt du vielleicht gar nicht. Machst jetzt mal ein bisschen plakativ. nur diese ganzen Sachen sind natürlich alle in dem Template einprogrammiert, in JavaScript, sonst was. Deswegen ist es immer ein Tipp bei WordPress. Nehmt euch doch ein Template, was genau das macht, was ihr braucht und nicht irgendwo eine eierlegende Wollmilchsau, wo ihr denkt, ah, da könnte ich ja irgendwann mal, mache ich noch dieses oder jenes. Und das ist halt so ein Punkt bei WordPress. Und bei WordPress kommt auch dazu, die haben ja diese Struktur mit den Plugins, die du wahlweise immer dazunehmen kannst. Mit jedem Plugin, was du dazu nimmst, machst du deine Seite auch unnachhaltiger oder weniger nachhaltig, weil da immer wieder JavaScript mitkommt und oft haben Leute auch ganz viele Plugins, die sie gar nicht benutzen in ihrem System. Die sollte man dann auch deaktivieren. Woran merkt man, dass wir uns nicht abgesprochen haben vorher? Ja, dass ich dich so ein bisschen in schlechtes Gewissen bringe vielleicht. Weiß ich nicht. Ich habe eine Homepage-Baukastenriege. Au. Also meine Homepage basiert nämlich oder meine Website basiert nämlich auf den 1&1-Baukasten. Ja, gut, es kann ja sein, dass du dann trotzdem schon optimierte Bilder da reingeladen hast. Aber vielleicht ist ja deswegen auch der Grund, warum du so tief im F bist. Aber es ist doch schön, dass wir das hier so transparent darstellen können. Das soll ja nicht heißen, dass ich dich jetzt da rein reinbilde. Weil die meisten Leute da draußen haben sich über das Thema noch nie Gedanken gemacht. Es ist doch schön, wenn wir hier offen drüber sprechen können. Die Leute sagen, stimmt, da nehme ich doch eine Anregung mit und gucke mir das mal an oder verbessere das. Weil das ist eine Sache, so wie beim heimischen Mülltrennen oder beim Stromsparen zu Hause. Haben wir ja alle gemacht in letzter Zeit. Oder wer eine Balkon-Solaranlage hat, der muss ja den Stromer nicht jetzt sinnlos in einen Homepage-Baukasten verballern. Der kann ja auch dann das nochmal anders sinnvoll nutzen. Und das ist doch schön, dass wir den Leuten da einen Hinweis geben können. Und wie gesagt, es war nicht abgesprochen. Ich habe mir deine Seite auch nicht vorher angeguckt. Mache ich nie. Wenn ich in so ein Interview gehe, da bin ich aber letztes Mal auch schon. Da hat jemand auch ein bisschen schlechtes Gewissen bekommen. Aber es ist halt normal. Ja, ich meine, es ist ganz normal, um Gottes Willen. Aber deswegen sage ich ja, woran merkt man es? Genau, ich habe einen Homepage-Baukasten und du sagst gerade, oh, das sind die Schlimmsten, das sind die SUVs. Ich fahre endlich mal ein SUV, auch wenn er nur digital ist. Aber hey, ich sage ja auch immer, den einzigen SUV, den ich habe, das ist ein Digital-SUV. Aber wie gesagt, der geht halt zu Lasten dann der Umwelt oder ist halt unnötig, weil du hättest ja auch andere Vorteile. Es ist nicht nur, dass die jetzt weniger Emissionen hat, sie wird auch vielleicht ein bisschen schneller. Und du musst ja auch über neue Dinge nachdenken, über Barrierefreiheit. Da gibt es ja auch ein neues Gesetz ab nächstem Jahr. Betrifft uns beide auch wieder nicht, aber große Firmen müssen ja Barrieren abbauen. Und das wird auch der Tod mancher Homepage-Baukästen sein, weil die kannst du dann gar nicht mehr nutzen, weil die Seiten oder die Templates nicht barrierefrei sind. Und da gehen dann auch nochmal, das hat auch so ein paar Überschneidungen mit der Nachhaltigkeit, weil wenn du abrüstest deine Website, dann machst du ja Skripte weniger oder Funktionalitäten weniger. Zum Beispiel habe ich auch die Woche gelernt, was ich gar nicht wusste, ein automatisch loslaufendes Video darf es ab Mitte 2025 nicht mehr geben. Das muss gestoppt und gestartet werden können, zum Beispiel von jemandem, der eine Epilepsie hat, weil der kann ja dann ein Problem kriegen, wenn er auf eine Website kommt. Habe ich auch nicht so auf dem Radar gehabt, aber diese automatisch loslaufenden Videos, die dann die richtigen Digital-SUVs machen mit 40 Megabyte und mehr, die wird es dann so nicht mehr geben oder ich muss das starten und stoppen können. Das ist auch wieder dann ein Nachhaltigkeitsboost. Wenn du sagst, dass das nicht mehr gehen darf, mal so kurz auf Topic, da bin ich mal gespannt, wie die das bei TikTok lösen, weil da scrollst du ja über bewegte Dinger. Ja gut, klar, da ist ja noch was anderes, aber bei Webseiten dieser EU, der heißt Accessibility Act, der gilt für Webseiten und bei TikTok oder Social-Media-Seiten ist es ja auch so. Du hast ja zum Beispiel bei Videos auch zum Beispiel ein Transkript, was auf dem Video zu sehen ist oder bei Podcast machst du das ja auch. Ist ja auch Teil der Barrierefreiheit oder dass Apple ja auch angefangen hat, jetzt automatisch Transkripts von Podcasts zu machen. Da musstest du ja glaube ich auch vor kurzem irgendwann zustimmen, dass du das okay findest und das ist ja auch eine sehr wichtige Sache, weil ich hatte auch mal selber eine Podcast-Episode mit jemandem, die auch Barrieren dann hat, körperliche Barrieren und das sind fast 10% der Leute in Deutschland, die eine Barriere, eine Einschränkung haben und die dürfen wir halt nicht immer hinten runterfallen lassen, auch nicht bei Webseiten. Muss ich halt echt an mich halten, weil wenn ich dann mal kum, gell, mit meinem hessischen Gebabbel, weiß ich auch nicht, ob Apple das kann, dass das auch so transkribieren kann, weil die können mich ja gar nicht verstehen, gell. Ja. Das wird dann schwierig. Ja, aber KI lernt doch schnell oder wenn ich jetzt anfangen würde, Sahle nicht zu reden, kann ich gar nicht so gut, dann wird das auch nicht klappen. Aber dafür haben ja die KIs, die lernen auch dann wahrscheinlich Dialekte. Ich bin mal gespannt, wann so der erste hessische Dialekt kommt von der KI. Aber gehen wir mal zurück zu der Nachhaltigkeit. Also du hast schon gesagt, man kann mit relativ geringem Aufwand seine Website vornehmlich so boosten, dass sie von, wenn wir jetzt mal von der Skala reden, von diesem Website Carbon von F auf A springt oder wie bei dir jetzt auf A plus. Ja gut, B würde ja auch schon reichen. Normale Webseiten, B ist okay, dann hast du auch noch mehr Bildmöglichkeiten. B oder C ist schon gut für die Leute, aber wie gesagt, es geht halt immer noch mehr, aber irgendwann musst du dann anfangen Bilder abzurüsten. Wie sieht es denn zum Beispiel, das ist jetzt ein grobes Beispiel, wenn ich jetzt mal ganz einfach auf Bild.de gehe, so und ich habe das Tool Webalyzer bei mir im Einsatz und sehe, sie haben 32 verschiedene Tools, die sie da in der Website noch verflanscht haben. Ja, da ist da zum Beispiel Widgets, Twitter, Outbrain, Adobe Analytics, Google Analytics, Facebook Pixel, Retargeting ist Criteo noch mit drin und Customer Data Plattform ist die Adobe Experience Plattform Identity Service und Telium nutzen sie noch. Telium ist, glaube ich, CDP, also Customer Data Plattform. Dann haben sie noch Shipping Carriers, DHL und Amazon Advertising und Tabula und Outbrain und Microsoft Advertising. Könnte man ja in der Theorie auch ein bisschen reduzieren, oder? Ja gut, aber die sind natürlich auch wieder in dem Problem des kostenlosen Internets. Da hast du halt immer diesen Kampf, die können halt nicht alles kostenloses Netz stellen, sonst haben die ja gar keine Finanzierung mehr und deswegen sind ja alle Medien, das ist jetzt nicht spezifisch für Bild, da kannst du ja auch, sagen wir mal, seriösere wie Zeit oder Spiegel Online oder egal was, was du nimmst, oder die FAZ, die müssen das ja machen und da kannst du ja auch ein Abo abschließen, zum Beispiel bei der LHZ weiß ich das, könntest du ein Abo abschließen, dann ist die irgendwo werbefrei und dann hast du diesen ganzen Kram nicht. Bei vielen Webseiten kannst du auch den Trick anwenden, dass du dir über den Cookie Banner den Cookie ablehnst, weil dann darf zum Beispiel keiner irgendwelche Social Media Inhalte einbetten, sonst verstößt dagegen die DSGVO und da kann man auch gucken, wenn man jetzt unterwegs ist im Internet und sagt, ich will das aber nicht so viel Müll für mich laden, der mich gar nicht interessiert, Müll in dem Sinne dann Werbung oder Trekking, dass man dann beim Cookie Banner auf Ablehnen klickt. Ach, guck an. Ja gut, klar. Jetzt so halt viel weniger und nur, wie gesagt, bei den Medien geht das nicht, die haben halt so eine komische Regelung da gefunden, die sagen ja, du musst aber dem ganzen Kram, was du eben aufgezählt hast, zustimmen, sonst zeigen wir dir halt nichts an. Das machen ja alle deutschen Verlage, machen das so. Aber das ist ja am Ende dann das, was du auch gesagt hast, wenn ich das so richtig verstehe, wenn ich auf einer WordPress-Seite auch mit den Plugins arbeite und nichts anderes ist das ja am Ende, wenn ich da irgendwas reinschaufle und dann kann ich da das Ganze verknüpfen, verbinden und dann läuft das da von A nach Zink und darüber und darüber. Wenn ich da ein bisschen reflektierter mal an die Sache rangehe und nicht alles auf die Website klatsche, was mir die Plugin-Landschaft hergibt, kann ich entsprechend auch meinen CO2-Footprint doch ein bisschen verringern. Ja klar, du bist, es ist eine Mindset-Sache. Du kannst halt zum Beispiel auch eine Agentur, eine Vorgabe machen bei einem Website-Relaunch. Ich hätte gerne eine Website, wo im Schnitt ein Megabyte pro Page-Impression entsteht. Dann werden sich die Agenturen wahrscheinlich komisch angucken, manche, aber es gibt Agenturen, die sich auch schon darauf spezialisiert haben und nicht jetzt irgendwo so eine ganz toll aussehende Website machen und dann am Ende guckst du dann, oh, da werden aber 20 Megabyte Daten auf der Startseite geladen. Habe ich auch schon mal Leute kritisiert und die fanden das gar nicht gut, weil ich habe sie dann auch ertappt, weil die haben ihren Relaunch angekündigt, super neue Website. Habe ich gesagt, Nachhaltigkeit war hier kein Faktor bei diesem Relaunch. Aber das sollte man halt bei Relaunches insbesondere bedenken, weil bei bestehenden Websites ist es manchmal auch relativ aufwendig, wie so möglich. Du kannst an WordPress ja nicht an Templates rumschrauben, so als Otto-Normal-Nutzerin. Du kannst höchstens ein schlankeres Template wählen, aber wenn jemand über eine Agentur eine Website beauftragt, dann kann er das ja zum Beispiel als Kriterium festlegen. Das ist auch mal interessant, wenn du sagst, da haben sich schon welche drauf spezialisiert. Das ist ja dann auch ein Geschäftsmodell. Ja klar, gibt es ganz viele, weil im Nachhaltigkeitssektor haben sich immer früher Landwirte spezialisiert auf Ökoprodukte. Das ist jetzt ein paar Jahrzehnte her. Jetzt spezialisieren sich Agenturen auf nachhaltige Webseiten oder nachhaltige Werbekampagnen, kann man auch sich überlegen. Und es gibt halt auch einen Markt dafür und der wird halt irgendwann hoffentlich auch größer werden, auch mit unserem Podcast, den wir hier machen, indem wir ein bisschen Aufklärung leisten. Also wie viel, ich weiß jetzt gar nicht, wie viel CO2 verballern wir jetzt eigentlich gerade, wenn wir hier so reden, weiß ich gar nicht. Ja gut, das kommt drauf an. Also ich habe das mal für meinen Podcast gemacht. Du hast natürlich, ein Podcast hat mehr Datenvolumen wie jetzt eine Mail oder ein Text, aber es war ungefähr pro Minute, glaube ich, ein Megabyte, so ungefähr. Wobei wir ja auch sehen müssten, gut, wir wohnen jetzt nicht so weit auseinander, wir hätten es auch treffen können für die Aufnahme, da wäre jetzt nicht ein riesen Fußabdruck entstanden. Aber du hast ja manchmal Podcast-Aufnahmen, wo der eine in Berlin, der andere in Wien sitzt, dann ist das natürlich schon nachhaltiger oder bei Videokonferenzen generell, dass die Leute nicht alle sich irgendwo in Präsenz treffen, wie früher. Ja, meine weiteste Podcast-Aufzeichnung war, ich saß hier zu Hause in Sulzbach-Taunus bei Frankfurt und der gute Mann war in Thailand. Ja gut, klar. Vielleicht wärst du auch gerne nach Thailand geflogen, weiß ich nicht, und hättest den Urlaub dann mit einem Interview verbunden, aber das wäre, wenn wir das nur unter Nachhaltigkeitsgesichtpunkten betrachten, ist das natürlich so, was wir halt so per Videokonferenzen heute machen können, oft nachhaltiger als die Präsenzveranstaltungen. Aber man hat natürlich auch bei Videokonferenzen die Möglichkeit, ich weiß nicht, wie das in dieser Software ist, wir sehen uns jetzt ja natürlich noch. Das ist wichtig, das sehen ja die Zuhörer nicht, dass wir uns dann sehen können, wir können uns Zeichen geben und Kevin macht immer so Faxen im Hintergrund, seht ihr jetzt gar nicht. Nee, dass man sich halt sehen kann, aber wir könnten zum Beispiel das auch ausschalten, dann hätten wir nur das Problem, dass wir uns dann mehr ins Wort fallen würden, dann würden wir das halt nicht sehen, aber dann wäre es natürlich nachhaltiger. Oder man könnte die Bildqualität reduzieren, können einen kleinen Bildschirm benutzen, ginge auch, geht es auch bei Videokonferenzen, ist ja oft so, einer redet und 20 hören zu, du siehst halt ganz viele gelangweilte Gesichter, die könnten auch die Kamera ausschalten. Das wäre vielleicht motivierender für den, der vorträgt und auch sinnvoll für die Nachhaltigkeit der Veranstaltung, für die Umweltauswirkung der Veranstaltung. Gebt doch mal so zum seichten Abschluss an der Stelle, bevor ich zur Abschlussfrage komme, gebt doch mal so drei Punkte, die man relativ schnell und einfach umsetzen kann, um die Website nachhaltiger zu gestalten. Gut, bei der Website war ein Thema noch gar nicht geredet. Wir müssten noch gucken, das Hosting, ist das ein Green Hosting? Ist der Hoster jetzt, hat der überwiegend Ökostrom oder hat der ein eigenes Windenergie zum Beispiel oder Solar? Da gibt es auch einen Tester, den können wir vielleicht auch noch nennen, Green Web Tester oder könntest du mal eingeben oder Green Web Checker heißt der. Da gibt es eine Organisation, die Green Web Foundation, die in Berlin auch einen Standort hat. Die haben so eine Datenbank aufgebaut mit Hostern, wo man dann nachgucken kann, ob die grün sind. Und wenn da dein Hoster schon mal drin ist, aber wenn du so einen Baukasten von Jonas oder was hast du gesagt? Ist sie Jonas, ja, ja. Ist das wahrscheinlich drin, wobei man da auch wieder differenzieren muss. Green Hosting kann auch im schlimmsten Fall Green Washing sein, wenn die nur irgendwo Stromzertifikate einkaufen und gar nicht jetzt grünen Strom per se benutzen. Das muss man dann nochmal genauer angucken. Aber das ist ein Punkt, dass man dort mal reingucken sollte, ist, wird da gesagt, dass meine Webseite grün ist und bei Jonas wird es dann so sein. Also das können wir auf jeden Fall auch verlinken, aber die Zuhörer sollten das auch mal mit ihrer Seite machen, verlinken wir dann auch. Das kann man angucken, das ist immer so ein Punkt und das Zweite ist halt, guckt euch die Bilder an oder guckt euch dieses Test-Tool an und wenn das halt so schlechte Werte bringt, dann kann man davon ausgehen, dass die Bilder nicht optimiert sind und da kann man mit relativ einfachen Mitteln, wenn man die Bilder zum Beispiel nochmal optimiert und nochmal neu hochlädt, da ist der Aufwand ja auch überschaubar, manchmal schon 50% vom Datenvolumen einsparen und wie gesagt, das macht die Seite dann schneller und nachhaltiger. Das sind so die Low-Hanging-Fruits und manchmal ist auch so eine Sache, das ist ja eher eine technische Geschichte, dass bei dem Server das Server-Caching vergessen wurde zu aktivieren. Das ist ja so, wenn du auf eine Website gehst und guckst dann verschiedene Seiten an, dann wird einmal zum Beispiel das Style-Sheet, die Formatvorlage geladen, das Logo, Header-Bild und manche Leute vergessen das zu aktivieren und dann wird das bei jeder Page-Impression nochmal neu geladen, was ja Blödsinn ist. Normalerweise ist es so, dass du 90% des Datenvolumens dann weniger hast, wenn du auf einer Website auf die zweite, dritte Seite gehst und das ist auch ein relativ großer Hebel, den man oft hat und das ist manchmal nur eine kleine Konfiguration. Und hier haben wir schon drei kleine Sachen, die man mal machen kann. Ich werde auch alles verlinken. Hier GreenWebFoundation, thegreenwebfoundation.org Das ist das mit diesem Checker, was du gerade noch gesagt hast. Also bei mir ist das Green gehostet, Ionis ist Green und dann halt die Bilder und dann halt, was war das, der Cache, ne? Cache, ja. Der Cache. Die drei Sachen eigentlich relativ schnell gemacht und schon. Also das sind die großen Hebel und dann kann man natürlich die kleineren Hebel auch noch angucken. Bei manchen Webseiten ist es so, die haben ganz viele Schriften, wo ich frage, wird es nicht auch eine Systemschrift bei euch tun, weil die musst du gar nicht laden. Andere Schriften, gut, manchmal ist es halt, wir sind ja hier im Marketing, da sagen ja die Marketer, nee, wir brauchen ja unbedingt unsere Firmenschrift doch auf der Webseite, in jedem entlegensten Winkel. Aber viele brauchen das gar nicht und WordPress, der baut das halt in seine Templates ein und sagt, brauche ich ja eigentlich gar nicht. Mir reicht auch ein Tahoma oder ein Areal. Ich muss jetzt nicht irgendwie sowas haben. Das finde ich immer das Geilste, unabhängig jetzt von der Nachhaltigkeit, aber dass sie dann ihre eigenen Schriften da reinballern, die Hälfte kann es dann sowieso nicht irgendwie ausspielen, weil die die Schrift ja logischerweise nicht auf dem Rechner haben oder wo sonst. Das ist eine Katastrophe. Nehmt doch einfach eine Standardschrift, wo ist denn das Problem? Man kann ja bei Werbedingern, die man noch im Printbereich raushaut, kann man ja seine Schriftart nehmen. Es spricht ja nichts dagegen. Aber nehmt doch bitte eine Schrift, die jeder lesen kann auf gut Deutsch. Ist ja sonst furchtbar. Genau, hört auf Kevin, die Marketer. Also alle Marketer. Dann kommen wir mal zur Abschlussfrage an der Stelle. Ist jetzt vielleicht eine philosophische Frage, aber du hast ja gesagt, ich glaube, mehr als die Hälfte haben F, wenn wir jetzt von diesem Tool ausgehen. Wenn jetzt alle, sagen wir mal, B hätten oder A hätten, nur mal so im Schnitt eine Pi mal Daumenangabe, alle Websites hätten auf einmal B oder A als Nachhaltigkeitsfaktor. Wie viel CO2 würden wir denn sparen? Im Jahr, so über den Daumen gepeilt. Ja, das ist eine gute Frage, die man gar nicht seriös beantworten kann, weil wir erst mal gar nicht genau wissen, wie der aktuelle Status der meisten Webseiten ist und wie viel die einsparen können. Aber du kannst das natürlich mit den 360 Gramm, die ich irgendwann mal gesagt habe, kannst du ja auch, das ist auch eine Sache, die ich den Leuten anbiete, dass wir eine Bilanz der Website, eine CO2-Bilanz aufstellen pro Jahr. Und dann kommt dann vielleicht bei dir raus, deine Website verbraucht 100 Kilo oder insgesamt ist da eigentlich auch schon Verbrauch generiert, 100 Kilo CO2 oder eine Tonne. Aber wenn du dann natürlich, wir sind ja in Darmstadt, geh mal zu Merck oder geh zur Telekom, die haben natürlich den viel, 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 viel größeren Hebel wie wir und wenn die irgendwas optimieren, dann wirkt das natürlich viel, viel mehr und dann kann man das eben an dieser Zahl versuchen klarzumachen, wie viel Volumen habe ich eingespart an Daten, wie viel Terabyte oder noch größere Einheiten habe ich eingespart und das kann ich dann auch in CO2 umrechnen, was ich dann eingespart hätte. Dann würde ich sagen, lieber Thorsten, an der Stelle haben wir es erst mal. Vielen lieben Dank, dass du heute Gast bei mir im Podcast warst und mit mir über das Thema nachhaltige Websites beziehungsweise auch Web-Nachhaltigkeit gesprochen hast. Danke, danke, danke. Ja, ich danke dir für die Einladung und hoffe, ich habe dich jetzt nicht irgendwo reingeritten. Nein, um Gottes Willen. Also, ich fand es wirklich interessant. Deswegen würde ich sagen, an meine Hörerinnen und Hörer, geht doch mal bitte auf WebsiteCarbon.com oder auf den Green Web Checker. Ich werde alles in den Shownotes verlinken und teilt doch mal gerne euer Ergebnis in ein LinkedIn-Kommentar oder auf podcast.de oder schreibt mir eine Mail und teilt mir das Ergebnis damit unter kevin at kevin allein im marketing.de Würde mich mal echt interessieren, wie es bei euch aussieht und wenn ihr noch wollt, schreibt doch auch mal gerne in die Kommentare oder bei mir per Mail, was ihr denn unternehmen wollt, um eure Website ein bisschen grüner zu gestalten. Dann würde ich sagen, Dankeschön dafür und wir hören uns bis zum nächsten Mal. Wenn dir mein Podcast gefällt, lass mir gerne ein Like oder einen Kommentar auf LinkedIn oder podcast.de da oder eine Fünf-Sterne-Bewertung auf Spotify oder Apple Podcasts. Schreibt mir auch gerne eine Mail unter kevin at kevinalleinemarketing.de Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.